hey liebe gemeinde liebe freunde wirklich toll dass du mit dabei bist wie jede woche ich freue mich sehr wenn wir gottes wort zusammen öffnen können lass uns eine große erwartung haben in solchen momenten warum da gott dabei ist und wenn wir mit gott eine begegnung haben durch sein wort in seiner gegenwart zusammen alles ist möglich und mit gott gibt es keine zufälle er wusste ganz genau dass du mit dabei sein würdest für dieses wort heute so habe ein offenes herz offene ohren weil ich bin der meinung wirklich und ich glaube sehr dass gott wird zu dir kommunizieren heute wir gehen jetzt weiter mit dem gleichen thema und gefühl von wo wir waren über die letzte paar wochen und das ist mit dem thema dass jemand uns braucht und wir haben über jungeschaft gesprochen und wir haben gesagt mein leben geht nicht nur um mich sondern um andere in der ersten linie ein junger zu sein bedeutet dass mein leben geht nicht um mich sondern in der ersten linie um gott jesus was willst du mit meinem leben was sind deine wünsche deine pläne den ersten platz das ist mir am wichtigsten und das ist was es bedeutet ein junger jesus zu sein aber als jünger ich sollte auch anderen helfen ihm nachzufolgen und ich bringe wieder diese herausforderung machen wir platz nehmen wir zeit in unserem leben genau das zu tun für die neue christin für andere die jesus nachfolgen möchten für vielleicht andere die noch nicht christin sind aber die wir haben einfach fragen wenn es um jesus geht lasst uns eine connection und verbindung mit leuten möglich machen in unserem leben um genau das zu tun was jesus uns gesagt hat lasst uns ehrlich sein wir sind alle auf einer reise und auf dieser reise es gibt ich würde sagen bereichen in unserem leben wo wir sagen können ja in diesem bereich ich folge jesus nach und ich gehe seinen weg weil es ist zu hause oder mit den kids oder mit den finanzen oder irgendwas anders aber wenn wir ehrlich sind es gibt andere bereiche unseres lebens wo wir sagen eigentlich in diesem bereich folge ich ihm nicht wirklich nach ich finde das schwierig da gibt es einen kampf und hier loszulassen ihm nachzufolgen sein weg zu gehen ihm zu vertrauen finde ich schwieriger wisst ihr was wir sind alle ähnlich wir sind alle das gleiche und wir haben bereiche genauso und genauso wir sind auf einer reise aber je mehr wir ja sagen können sie jesus in jedem bereich desto mehr königreich abenteuer öffnet sich für uns und desto mehr leben wir genießen wie gott geplant hat in allen bereichen aber das zeigt uns auch warum wir eigentlich einander brauchen in der ersten linie wir brauchen ein anderes für wir brauchen einander manchmal wir herausfordern einander wir sind wie eisen wir schärfen einander und das passiert nur in eine gemeinschaft ob es online ist ob es in einem raum zusammen ist für knackgruppe oder gottesdienst ist oder für einen kaffee mit jemandem zu treffen wir brauchen einander isolierung ist gut für häuser aber nicht für leute so lasst uns jetzt weiter gehen und ich komme immer zurück zu diesem begriff dass jemand uns braucht jemand braucht dich ich werde da stoppen so dass das wirklich reingeht jemand braucht dich und genau wer du bist ist was jemand anders braucht und so ich möchte jetzt ein paar andere aspekten jetzt reinbringen jesus hat gesagt in markus kapitel 16 und vers 15 folgendes geht in die ganze welt und verkündet alle menschen die gute botschaft geht in die ganze welt und verkündet allen menschen die gute botschaft wir machen das heute online church weltweit erreicht eigentlich die ganze welt oder es ist eigentlich möglich wie nie zuvor die ganze welt zu erreichen mit dieser botschaft dies sind einige von den letzten wörtern von jesus ganz am ende sein dienst hier auf der erde hat diese wörter gesagt und ich komme zurück dazu weil wir finden auch andere wörter die ganz am ende gesagt worden waren und die sind eigentlich hier jetzt in der apostelgeschichte 1 und vers 8 jesus sagte aber wenn der heilige geist über euch gekommen ist werdet ihr seine kraft empfangen dann werdet ihr von mir berichten in jerusalem in ganz jüdä in samarien ja bis an die enden der erde wow lass uns nicht verpassen was hier passiert jesus spricht zu jüngern die nichts bis jetzt gekannt haben außer ihre eigene dürfe und paar städte und er spricht jetzt zu diesen menschen über eine ganze welt die die erreichen würden wow das war irgendwas so großartig so unbekannt ich kann mir nur gut vorstellen wie die gesichten aussah als jesus das sagte sie haben gesagt in bayern oder in spanien oder in schottland woher ich komme es wäre bestimmt so ein gesicht gewesen du sprichst von einer ganzen welt bist du bist du verrückt oder was aber siehst du das ist genau was passiert mit jesus wenn jesus spricht zu dir wenn wir eine begegnung mit jesus haben er expandiert unsere welt es gibt nichts kleines in jesus wenn du eine kleine welt hast erlaube jesus rein und er wird es expandieren die möglichkeit wie es sein kann was er mit deinem leben machen kann wie die situation wirklich sein kann jesus expandiert deine welt er zeigt dir wie es sein könnte und manchmal unsere reaktion ist eigentlich aber lass uns da nicht stoppen weil mit jesus es stoppt mich nicht mit und wir sagen vielleicht ich kann nicht sehen wie das sein könnte das ist genau vielleicht was die gedacht haben wie kann das denn sein die kannten keine flugzeuge kein internet gar nichts gehen wir zu fuß zu der ganzen welt wie groß ist eigentlich die ganze welt die wüssten nicht aber das ist genau was jesus tut er bringt uns raus von unserer welt und bringt uns auf eine ganz andere ebene und wir werden sehen was für einen unterschied das machen kann in einer geschichte die wir jetzt vorlesen werden aber lass mich nochmal sagen bevor ich weiter gehe wenn jesus sich involviert hier und sagt er geht zu der ganzen welt er hatte in seinem herz über natürliche möglichkeiten dinge die er verursachen würde um das eine möglichkeit zu sein und realität zu sein und manchmal wir schauen mit natürlichen augen unsere situation an wir schauen alles an mit unserem verständnis und gott sagt zu einigen von euch heute hör auf mit der erwartung auf nur natürliche antworten wenn eine übernatürliche antwort nötig ist und gott kann dir das geben aber er braucht dein vertrauen und dass du tust was er dir sagt hier gibt es eine geschichte die wir finden in matthäus kapitel 14 13 bis 21 wir kennen es gut du kennst es bestimmt auch gut oder du hast mindestens davon gehört weil hier 5000 menschen eigentlich mehr weil es waren die männer die 5000 waren und dann frauen und kinder waren noch dazu haben was zum essen gekriegt durch ein wunder das passiert ist so ich möchte hier schauen was wir finden matthäus kapitel 14 13 bis 21 als jesus die nachricht erhalten hatte führ er mit dem boot in eine entfernte gegend denn er wollte allein sein aber die menschen hatten erfahren wohin er fuhr und aus zahlreichen dürfen folgten sie ihm über land als er aus dem boot stieg erwartete ihn bereits eine große menschenmenge er hatte mitleid mit ihnen und heilte die kranken am abend kamen die jünger zu ihm und sagten es ist einsam hier und schon spät schickt die leute weg dann können sie in die dörfer gehen um sich etwas essen zu kaufen doch jesus antwortete das ist nicht nötig gebt ihr ihnen zu essen unmöglich riefen sie aus wir haben nur fünf brote und zwei fische bringt sie her befahl er dann wies er die leute an sich ins gras zu setzen und er nahm die fünf brote und zwei fische blickte hinauf zum himmel und bat gott um seinen segen für das essen dann brach er das brot in stücke und gab jedem der jünger davon und diese verteilten es an die menschen alle aßen so viel sie wollten und anschließend sammelten sie noch zwölf körper mit resten ein etwa 5000 menschen hatten zu essen bekommen frauen und kinder nicht mitgerechnet wow wow ok was finden wir hier wir finden eine situation letzte woche wir haben über was ist deine beschwerde gesprochen was siehst du als eine situation wo du sagst so soll es nicht sein in der kirche in der welt egal du siehst es und du denkst so soll es nicht sein das kann besser sein es kann geändert werden die haben eine situation hier hey jesus 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 wir sehen eine situation die nicht so besonders gut ist es kann geändert werden bitte jesus sende die leute jetzt weg weil die hunger haben und sende die weg und das wird dann gelöst werden so die junge brachte die situation zu jesus jesus du sollst irgendwas hier tun du sollst irgendwas hier machen du sollst irgendwas hier sagen zu den leuten um die situation zu ändern und dann ist alles gut wie oft machen wir das als christen jesus mach was oder auf englisch wir sagen oh herr würdest du move jesus move mach was jesus oh tut was jesus und wir kommen im gebet und wir sagen ja jesus mach dein ding und dann wir setzen uns wieder hin und sagen okay über zu dir jetzt jesus deine verantwortung das ist genau was die tun jesus jesus die arme leute aber jesus antwortete und sagt nein das ist nicht nötig ich muss hier nichts machen nicht alleine sondern wir sollten was zusammen machen gebt ihr ihnen zu essen genau was wir gerade gelesen haben vor ein paar momenten geht in die ganze welt ihr werdet kraft empfangen und die ganze welt erreichen hä die ganze welt hier du machst irgendwas hä uns und die haben sofort mit unmöglich geantwortet das ist genauso wie so viele christen wie uns herr macht was und gott spricht zu dir und zu mir und zu uns und sagt ihr macht was ihr macht es mit mir tue was und wir sagen nein das ist unmöglich ich nein das geht nicht und wir stoppen alles da und so weil wir es stoppen wenn gott spricht über irgendwas das wir glauben unmöglich ist unser leben bleibt normal bleibt langweilig kein abenteuer aber sie aber das abenteuer liegt und das wunder liegt auf der anderen seite von der linie heißt okay ich werde tun was du sagst ich werde glauben es gibt doch was anderes hier möglich mit dir und ich spiele mit und ich bringe doch was ich habe das ist was wir haben wir haben nur fünf Brote und zwei Fische Jesus du sagst wir sollten hier was tun aber alles was ich habe ist dies und das ist genau was wir oft machen und sagen Herr ich sehe die Situation hier ich bringe es zu dir und du sagst ich soll was machen aber hier und wir lieben das Wort aber als Christen wir lieben das Wort aber aber alles was ich habe ist aber ich habe nicht was er hat aber in unserer Kirche haben wir das nicht in unserer Stadt so geht es nicht in unserem Land so geht es nicht aber nur wenn wir irgendwo anders wären oder da 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 aber 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 und die haben genau das gesagt aber alles was wir haben aber weißt du manchmal wir bringen unsere aber alles was ich habe und Gott sagt das reicht ich kann dein aber gut nutzen gib mir was ihr habt und glaub mir ich mach was das expandiert was möglich ist bringt sie her befahl er siehst du okay ich ich bringe jetzt und ich mache es zur Verfügung was ich habe obwohl in meinen Augen und deinen Augen es sieht wie Brot und Fisch Big Deal es ist nicht Haute Cuisine aus Paris es ist kein riesen Buffet es ist Kuchen und Kekse und er sagt bring sie her dann wies er die Leute an sich in Gras zu setzen und er nahm die fünf Brote und zwei Fische blickte hinauf zum Himmel und bat Gott um seinen Segen für das Essen und wenn wir was ihm geben er segnet ist Gott involviert sich damit und wenn Gott sich involviert irgendwas über natürlich passieren kann geht in die ganze Welt wow gib mir was ihr habt und ich mache was über natürlich wow und weißt du was 5000 mindestens 5000 Menschen waren sehr glücklich dass die das gemacht haben schau mal 5000 Männer und die Frauen und Kinder haben die Gehorsam von diesen Leuten gebraucht vielleicht du sagst alles was ich habe ist Fisch und Brot aber dadurch kann Jesus 5000 Leute helfen und ich habe gesagt am Anfang jemand braucht dich jemand braucht mich und wenn du sagst hier bin ich ich stehe zur Verfügung alles was ich habe ist dein Haus alles was ich habe ist Gastfreundlichkeit alles was ich habe ist eine Stimme so dass ich singen kann alles was ich habe ist die Fähigkeit bei Computers alles was ich habe ist ich mache gerne Fotos alles was ich habe ist folgendes egal was es ist alles was ich habe da hinten mit über natürliche Begegnung Gott kann tausenden Leuten dadurch beeinflussen und es bringt uns auf eine ganz andere Ebene mit diesem Begriff jemand braucht mich und mein Leben kann doch einen Unterschied hier machen im 1. Petrus Kapitel 4 und Vers 10 hier ist was wir finden Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt nicht ich er nein nicht nicht ich sondern sie der neben die neben mir sitzt nein nein Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt mit denen ihr einander dienen sollt setzt sie gut ein damit sichtbar wird die vielfältig Gottes Gnade wie vielfältig Gottes Gnade ist klarer könnte es nicht sein Gott hat dir ein Geschenk gegeben aber manchmal wir schauen es an wie Mose Mose leitete die Israeliten raus von Ägypten und kam dann zu dem Meer und er hat gesagt wie gehe ich dann weiter und Gott hat gesagt was hast du in deinem Hand ein Stock genau das machen wir das nutzen wir ein Stock und siehst du manchmal du schaust was du in deinem Hand hast alles was ich habe ist und Gott sagt nein das ist nicht alles was du hast sondern es ist ein Geschenk von mir das ist ein Geschenk dass ich gerne gastfreundlich bin ja das ist ein Geschenk dass ich mich gerne um Leute kümmere ja das ist ein Geschenk dass ich begeistert bin den Kindern zu helfen Jesus kennenzulernen ja das ist ein Geschenk dass ich höre wie cool die Musik wirklich sein kann ja ok aber siehst du manchmal wenn wir alleine sind wir merken es nicht so aber wir brauchen einander einander zu ermutigen und sagen hey du bist da begabt Gott will das nutzen Gott will das verwenden hey manchmal deine Geschichte ist ein Geschenk Gott nutzt alles in deiner Vergangenheit anderen zu helfen in ihrer Zukunft und vielleicht du brauchst die Ermütigung deine Geschichte bekannt zu machen dein Hintergrund Gott kann es nützen egal wie schlimm du glaubst es ist Gott sagt in Gemeinschaft in ein junges Schaf zusammen wir können einander ermutigen und helfen genauso unsere Gaben ins Spiel zu bringen aber die Frage ist dir mit denen ihr einander dienen sollt tust du das bringst du das oder versteckst du sie irgendwo lass heute die Ermütigung sein dass du brauchst es raus zu bringen und damit zu engagieren und es zur Verfügung zu stellen sage hey ich bringe mein Fisch mein Brot mein Stock meine Gabe zu dir und vielleicht 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 in den Händen von Jesus er wird es verwenden Millionen hey die Leute die sagen ich bin nur Grafiker die Leute die sagen ich kann nur irgendwas mit Computers machen und ein bisschen Video Editing machen eure Arbeit beeinflusst die Welt durch Online Church und du dachtest alles was du hattest war eine Fähigkeit mit Computers das ist nur ein Beispiel dann das letzte Ding zu sagen Matthäus Kapitel 14 28 bis 29 wir finden diese berühmte Geschichte als Petrus auf dem Wasser lief da rief Petrus zu ihm zu Jesus Herr wenn du es wirklich bist befehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen dann komm sagte Jesus und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen kannst du dir vorstellen die Jungs sind im Boot hey Jungs ich habe eine Idee sagte Petrus ich habe eine Idee ich werde ihm sagen er sollte mir sagen ich sollte zu ihm gehen ok er wird es nicht sagen er wird nicht komm sagen aber lass uns einfach damit gehen ok hey Jesus hey wenn es wirklich du bist sag mir dass ich zu dir kommen soll er hat gelacht bestimmt mit den anderen Jungen er wird nicht sagen er wird nicht sagen aber und dann plötzlich komm hä hä du hast mich ernst genommen ja komm siehst du manchmal oh Herr Jesus die Leute brauchen Hilfe oh Herr Jesus es könnte besser sein oh Herr Jesus und dann plötzlich Jesus spricht zu dir und sagt mach was hän na na ich wollte mich nur hier beschweren und ein bisschen heilig sein ne komm ja komm 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 tü was und vielleicht das ist genau was Gott zu dir heute sagt komm gib mir deine Gabe gib mir wer du bist Weil dann zusammen, wir werden vielen anderen helfen, durch die Gabe, die ich dir gegeben habe. Weil mit mir, ich expandiere deine Welt und Möglichkeiten. Und mit dir und mit mir zusammen, alles ist möglich. Amen. Hey, vielleicht du bist beim Anfang dieser Reise mit Jesus und du hast noch nicht eine Beziehung mit ihm, aber das willst du. Du kannst das heute haben. Und jetzt auf dem Bildschirm bei Online Church gibt es eine Taste, die du drücken kannst und du sagst damit, bitte hilf mir Jesus nachzufolgen, bitte hilf mir Jesus kennenzulernen. Und das machen wir gerne. Klick darauf und dann klicke nochmal im Gebet und dann du bist in Kontakt mit mir oder einem anderen Pastor oder Leiter hier bei The Destiny. Wir würden dir gerne helfen. Und vielleicht später auf YouTube. Diese Funktion ist nicht da, aber du kannst uns kontaktieren durch die Link, die unten ist. Und gerne würden wir dir helfen, eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus zu finden und ein Abenteuer mit ihm zu starten. Wir sehen uns nächste Woche, nächstes Mal bei Church Online. Ich freue mich sehr. Gottes Segen. Hi, Pastor Liam hier. Danke fürs Anschauen. Ich hoffe, dass dieses Wort dir geholfen und dich gesegnet hat. Wenn ja, bitte teile das Link auf Social Media, sodass es jemandem anders auch helfen kann. Wenn du eine finanzielle Spende geben möchtest, du kannst das so machen per QR-Code hier oder einfach auf den Link klicken in der Beschreibung. Wir würden gerne von dir hören und wir freuen uns auf Kontakt. Und wie du das machen kannst, wird gleich eingeblendet und wir freuen uns wirklich von dir zu hören. Bleib gesegnet, bleib gesund und wir sehen uns. Gottes Segen. Ciao. Gottes Segen.